Hello, ich hoffe euch geht's gut. In meinem heutigen Video werde ich einige virale DIY-TikToks versuchen nachzumachen. Und ich habe mir schon alle Sachen dafür rausgelegt und bin sehr gut vorbereitet. Leute, ich bin so ein bisschen in TikTok versunken, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe in letzter Zeit einfach so viel Zeit auf TikTok verbracht und mir so, so, so viele TikToks eingeschaut. Falls ihr auch TikTok habt, dann könnt ihr mir sehr gerne auch auf TikTok folgen. Ich heiße dort xlater, also genauso wie hier auf YouTube und genauso wie auf Instagram. Und ich lade auf TikTok eben neuerdings auch TikToks hoch. Ja, und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir dort eben folgen würdet. Denn es wird auf jeden Fall regelmäßig dort Content von mir geben. Aber jetzt wieder zum eigentlichen Thema. Ich bin auch vor allem in so DIY-TikToks versunken. Und ich habe mir jetzt mal drei Stück rausgesucht, die ich besonders cool fand. Und die werden wir dann jetzt in diesem Video versuchen nachzumachen. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr TikTok ja oder nein? Und wie findet ihr TikTok? Also was ist da eure ehrliche Meinung? Es würde mich sehr interessieren. Ich glaube, ich habe das auch noch nie in einem YouTube-Video gefragt, was da so eure Meinung zu ist. Und wundert euch nicht, falls ich ein bisschen komisch aussehe. Ich habe kein Augen-Make-up drauf und sonst bin ich auch gerade kaum geschminkt. Und ich habe meine Augenbrauen frisch microbladen lassen, also hatte eine Nachbehandlung dafür. Das heißt, sie sind jetzt gerade noch viel dunkler, als sie normalerweise wären. Deswegen, falls ihr alles so ein bisschen komisch aussieht, wisst ihr Bescheid, woran das liegt. Das ist das erste TikTok, das wir versuchen werden nachzumachen. Und zwar hat sie sich einfach ein kleines Hattuch geschnappt und daraus einen Bärchen geformt. Leute, wie verrückt sieht das aus? Vor allem bei ihr sieht das so unglaublich einfach aus. Ihr seht ja auch von allen Künstlern den TikTok-Namen. Ich finde, alle machen großartige Arbeit und machen sehr inspirierende DIYs. Und das hier versuche ich eben nachzumachen, weil es eben ein DIY ist, was viral gegangen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das hinbekomme, weil ich bin relativ untalentiert, was das angeht. Hier habe ich mir ein Handtuch geschnappt. Das sieht relativ ähnlich aus zu dem, was sie hat. Einfach ein dünnes. Es hat auch ungefähr eine gleiche Größe. Ich habe hier auch ein paar Haargummis vorbereitet. Ich habe jetzt nicht diese Schleife, die sie am Ende dem Bärchen dran gemacht hat, aber ich denke, es geht ja sowieso nur ums Prinzip. Okay, wir starten dann jetzt. Das erste, was sie macht, ist, das Handtuch zu rollen. Und zwar nach innen von beiden Seiten. Und sie rollt es relativ eng. Okay, dann schneide ich schon mal ein bisschen. Hä, was sieht denn alles so leicht aus? Oh, okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie einfach oder schwer das am Ende sein wird. Ah, und das muss ja auch mittig sein. Ja, sagen wir mal so. Okay, das nächste, was sie dann macht, ist, hier die Hälfte so rüber zu klappen. Und die beiden Ärmchen oder was auch immer das am Ende werden soll, werden so nach außen geklappt. Hä? Das sieht jetzt schon nicht gut aus. Ich glaube, ich muss das deutlich tiefer... Nein, oh nein! Ah! Moment, ich muss das so machen. So, und dann nach außen. Ey, wie sieht das jetzt schon nicht mehr so schön aus? Ich mach einfach mal weiter. Wir schauen mal, wo wir am Ende rauskommen. So, und dann hat sie sich ein Haargummi genommen. Ja, das ist aber schwierig, was da drüber zu packen. Bäh? Das sind so unterschiedlich lange Beine. Mh, mh. Und unterschiedlich dicke Beine. Hey! Naja. Ja. Okay. Und dann gab es noch Ohren. Dafür nehme ich jetzt hier diese kleinen Haargummis. Irgendwie sah das bei der besser aus. Ich mach doch faktisch alles richtig, oder nicht? Versteh das nicht. Wow. Hä? Warte. Vielleicht sind die hier auch einfach gar nicht so stabil. Und es geht mit denen hier besser. Vielleicht ist mein Handtuch auch zu dick. Wie zur Hölle hat die das hinbekommen? Leute, jetzt mal ernsthaft. Mhm. Ich fang einfach nochmal von vorne an. Wir schauen nochmal. Ah. Ah. Boah, das war jetzt einfach direkt vom ersten Moment an. So richtig demotiviert. Ey, Leute. Aber unser Ausgangshandtuch ist doch schon voll ähnlich, oder nicht? Aber irgendwie... Oh. Es ist vielleicht weicher und dünner. Oh Mann. Ich würde das unbedingt hinbekommen. Moment. Ich drehe nochmal hier so. Also die beiden sehen sich doch schon mal grob ähnlich. Und jetzt klappe ich das hier so ein. Und dann hier so aus. Und hätte dann schon mal den Body mit den Beinen. Sieht doch schon mal ein kleines bisschen besser aus. als beim ersten Mal. Dann kommt jetzt das Haargummi, was den Hals abtrennt. Nicht falsch verstehen. Und es wird einfach direkt schon hässlich. Das ist das... Ey, meine Haargummi sind schon total eng. Wieso geht das nicht? Nochmal bekomme ich das gar nicht rum. Oh Mann. Leute, die Motivation ist echt da gerade. Ah, okay. Und dann die Öhrchen. Ey, ich bin so schlecht. Okay, also. Das hier ist dann jetzt mein finaler Teddybär. So sieht er aus. Wie ihr seht, ist er schon relativ hässlich geworden. Ich muss sagen, grundsätzlich konnte ich der Anleitung sehr gut folgen. Allerdings haben diese Haargummis einfach nicht so das Handtuch reingedrückt, wie sie es sollten. Obwohl ich eigentlich gute Haargummis genommen habe. Und ich glaube, vielleicht ist mein Handtuch einfach zu hart. Ich weiß es nicht, aber das hat schon mal nicht so funktioniert, wie es sein soll. Man erkennt noch nicht mal mit ganz viel Kreativität und Liebe, dass es, glaube ich, ein Teddybär sein soll. Was echt traurig ist. Wirklich. Und wir widmen uns dem nächsten TikTok. Das sieht sehr, 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 sehr spannend aus. Das hat mich eigentlich dazu inspiriert, dieses Video zu filmen, weil ich das hier einfach unbedingt mal ausprobieren wollte. Es geht um eine DIY-Lava-Lampe und alles, was er dafür macht, ist, er nimmt erst mal ein Glas. Und dann tut er Lebensmittelfarbe rein, Wasser, Öl, eine Brausetablette und hat dann eine Lava-Lampe. Und ich habe jetzt alles mal vorbereitet und wir probieren das direkt mal aus. Hoffentlich klappt das, weil das würde schon heftig aussehen. Ich bin richtig gut ausgestattet, was Lebensmittelfarben angeht. Jonas darf die Farbe entscheiden. Was möchtest du? Eine Lava-Lampe. Ja. Ich glaube, blau sieht schon cool aus. Blau? Ja. Ich hätte auf grün getippt. Gut. Dann machen wir blau. Okay, los geht's. Jonas hat blau gesagt. Deswegen... Oh, die Blau ist fast leer. Warte mal, Warte. Nicht viel. Oh, da kam doch einiges raus. Habt ihr dieses Furzgeräusch am Ende gehört? Das war nicht ich. Ich schwöre. So. Und dann... Oh, habe ich nur einen großen Löffel. Passt ja hier rein. Ja. Dann rühre ich mal ganz kurz um. Und jetzt nehme ich ein Öl. Ich habe jetzt einfach Olivenöl da. Ja, das sieht damit nicht so sexy aus, aber gut. So. Ich glaube, dazu wäre eine grüne oder eine gelbe Lava-Lampe. Hört ein bisschen cooler. Und dann kommt eine Brausentablette da rein. Ich habe jetzt auch mal Calcium genommen, so wie der im Video. Okay, und jetzt? Hä, bei ihm steigt ja direkt was hoch. Soll ich umrühren oder ist das schlecht, wenn man jetzt umrührt? Ich glaube, es war schlecht, wenn man umrührt. Ich glaube, das Umrühren war richtig dumm. Oh, irgendwie sieht das nicht so ganz der Lava-Lampe aus. Also, es ist auf jeden Fall cool. Es hat auch vom Prinzip her geklappt. Ich glaube, das Rühren war falsch, aber es sah nicht so cool aus wie bei ihm im Video. Ja. Aber ich hatte eine Art kleine Lava-Lampe. Deswegen, ich bin mal zufrieden damit. Und es geht weiter mit dem dritten DIY. Und zwar ist das eine Verpackung, die man einfach selber basteln kann. Ist sehr cool geeignet, wenn man eine kleine Sache verschenken möchte. Das ist ein paar Ohrringe, das unter anderem in meinen Juwelkerzen drin ist. Und ich tue das jetzt einfach mal in diese Geschenkverpackung, die wir jetzt basteln werden. Das sieht sehr, sehr einfach aus. Ich habe mir mal so einen Block besorgt. Da ist so Pappe drin. Die ist allerdings sehr dünn, also eher so papierähnlich. Und da suchen wir uns jetzt mal eine Farbe raus. Ich glaube... Uh, das hier ist ganz schön. Dieses Türkis oder was auch immer das ist. Obwohl, ich glaube, wir nehmen einfach rot. Rot ist oben. Wir halten das Ganze simpel. So, und dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal aus. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil bei ihr ist das Blatt am Anfang schon direkt gefaltet. Und das wird es bei mir nicht sein. Aber wir finden das alles schon irgendwie heraus. Okay, also das Stück Papier, was sie hat, ist nicht ganz quadratisch, sondern eher rechteckig, würde ich sagen. Meins wird jetzt schon nicht mehr gerade. Aber das ist okay. Das ist okay. Ne, da muss ich nochmal ganz kurz ran. Einen Moment bitte. Also können wir das nicht lassen. Das ist ja peinlich. Also sie faltet das Ganze folgendermaßen. Zuerst macht die hier so einen Mini-Knick. Ich weiß nicht, ob das nachher irgendwie zum Kleben ist oder so. Und dann geht sie, glaube ich, einmal komplett hoch. So. Gott, Leute, das geht mir hier zu schnell. Ich glaube, ich schaue mir so 800 Mal die ganze Zeit an, bis ich mal verstanden habe, wie das funktioniert. Und dann geht sie nochmal hoch. Vielleicht haben auch deswegen diese DIY-Videos so viele Views, weil man sich das einfach so siebenmal reinziehen muss, bis man es versteht. Und dann faltet sie noch die Seiten rein. Das sieht aber richtig professionell hier aus bei mir. Wow. Stark. Das sieht echt nicht schön aus bei mir. Oder sie ist einfach verdammt gut da drin, irgendwie Verhältnisse besser hinzubekommen als ich. Ja. Okay. So sieht das jetzt aus. Und dann, und dann, oh Gott, Leute, das ging mir jetzt hier schon wieder viel zu schnell. An diesem Punkt bin ich jetzt. Und jetzt hat sie einfach die Ecken weggeschnitten. Ich versuche das Ganze mal relativ gleichmäßig hinzubekommen. Und dann hat sie es wieder ausgeklappt und einfach zusammengefaltet. So. Ich klebe das Ganze jetzt einfach mit Tesafilm, damit es auch wirklich hält. Ich glaube, es ist intelligent, wenn man einfach wirklich diesen Klebestreifen so nutzt, wie er vorgesehen war. Und da einfach Kleber dran macht und das dann so daran fixiert. Allerdings, Leute, hier ist schon so viel schiefgelaufen. Ich bin einfach nur, dass das hält. Deswegen gehe ich jetzt den radikalen Weg mit einem Klebestreifen. Eine Sache, wo ich aber auch direkt dazu sagen, ist es echt ein bisschen anstrengend, vor der Kamera ein DIY zu filmen, glaube ich. Weil sie muss dann ja sich total darauf konzentrieren, alles schön gerade und so zu kleben. Gleichzeitig muss ich aber auch noch darauf schauen, dass irgendwie das Bild süß aussieht und alles auch im Bild ist, alles auch scharf ist und so. Und ich glaube, das kann schon ein bisschen anstrengend sein. Und jetzt nehme ich mir Schnur. Und die mache ich jetzt mal hier drum. Ich denke, da kann man bestimmt auch ein bisschen was Dekorativeres nehmen und das würde dann bestimmt auch richtig, richtig toll aussehen. Aber ich nehme jetzt einfach mal das, was ich starr habe. Ich will mich ja jetzt auch echt nicht zu früh freuen, aber ich glaube, wir befinden uns auf einem ganz guten Weg. Aber sieht jetzt alles doch voll okay aus. So, jetzt nehme ich mal das Geschenk, was ich jetzt fiktiv verschenke und zwar die Ohrringe. Ich komme jetzt auch hier rein. So, hier auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Übrigens, wundert euch nicht über meine Fingernägel. Ich habe morgen einen Termin im Nagelstudio. Ich werde definitiv die Situation wieder unter Kontrolle bekommen. Ja, die sehen halt nur gerade ein bisschen fettisch aus, ne? Wow, ich wusste nicht, dass ich so schlecht im Basteln bin. So, fettisch. Bisschen eingedellt von der Seite. Also, so sieht es jetzt aus. Grundsätzlich hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich konnte hier auch wieder der Anleitung folgen. Das war bei wirklich allen drei TikToks überhaupt gar kein Problem. Deswegen finde ich sie auch wirklich cool und praktisch. Weil, Leute, man kann so ein DIY entweder in drei Minuten erklären oder in 15 Sekunden. Und ich finde, alle haben das sehr, sehr gut hinbekommen. Eben kurz zu fassen, ich war nie an der Punkt, dass ich mich gefragt habe, und wie zur Hölle geht es jetzt weiter? Sondern bei mir ist es eher daran gescheitert, dass einfach Sachen, die ich exakt so nachgemacht habe, bei mir nicht so funktioniert haben. Ich glaube, Paradebeispiel der Bär. Also, hätten diese Haargummis diese nötige Spannung, oder wäre das Handtuch eben nochmal viel dehnbarer, weicher oder nachgiebiger? Sagt man das so? Dann hätte das bestimmt auf jeden Fall besser geklappt. Ähm, vom Prinzip her hat hier das auf jeden Fall auch funktioniert. Ich finde, es ist auch wirklich einfach eine sehr süße Idee für so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Schmuck, wenn man das verschenken möchte. Und hier hätte man eben noch was Persönliches draufschreiben können, draufkleben können, etc. Und es wäre jetzt auch echt nicht viel Aufwand. Und ich meine, was hat man dafür jetzt gebraucht? Ein bisschen muntes Papier. Da kann man bestimmt auch Sachen werden, die man irgendwo noch rumliegen hat. Und halt, ja, ein bisschen Schnur und Klebeband. Also, das war wirklich sehr, sehr cool. Und ich finde auch wirklich nützlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches von den drei TikToks euch am besten gefallen hat. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr selber diesen Bären hier hinbekommen hättet. Beziehungsweise probiert es mal aus. Klappt das bei euch? Oder klappt es nicht? Bin ich so ein Einzelfall oder bin ich eher so der Standard? Keine Ahnung, Leute. Ansonsten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und folgt mir natürlich auch sehr, 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 sehr gerne auf TikTok. Ihr findet mich dort auch unter dem Namen Xlater, genauso wie hier auf YouTube und auch auf Instagram. Und ansonsten könnt ihr auch hier oben auf das i klicken für weitere Videos von mir. Oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!